. Kommt! Die Gelegenheit scheint gutzig zu sein. Die Krieger sind weggerettet. Wir müssen das kleine Mädchen finden. Ehe ist uns verraten. Ich freue mich, weiße Männer, im Lager der Hintas. Hey, wer bist du denn? Ich bin der Krieger der Hintas. Ich bin der Krieger der Hintas. Dann kannst du uns ja auch weiterhelfen. Wir suchen ein kleines Mädchen, das ist von euch Kriegern entführt worden. Und wir hätten es gerne wieder mitgenommen. Wo ist es? Bleibt es nicht, da würden es auch finden. Was? Das ist die Gra ligene. Ich bin der Krieger der Hintas. Ich bin der Krieger der Hintas. Nein. Wir suchen einen Krieger der Karten. in die Hände fallen! Mein... mein Sohn! Mein... mein Sohn! Mein Sohn! Mein Sohn! Pohre! Amgar! Mein... mein Sohn! Für ein Kind der Gleiche sichern, mussten Frauen Kinder der Jutta sterben! Pohre! Amgar! der einmal heute mit Allah-Lutas werden sollte. Und das weiße Kind hierher! Du hast recht. Der große Wolf war wie von Sinnen. Was kann dieses weiße Mädchen dafür, dass die weißen Mörder so handeln? Es ist unschuldig, wie die Frauen und Kinder der Lutas, die hier getötet worden sind. Es gibt nur einen, der schuldig ist, hat schon gedacht, dass hier Wille zu tun! Er hat uns auf die falschen Pferde geführt. Wie konnten wir uns, dass wir so dumm sein und seinen Leuten glauben? Er ist ein Folter, Bleichgesichter! Die Krieger der Jutas mögen meinen Spur hören. Auf uns erwarten wird nicht er ruft, bis alle Bleichgesichter und Wille zu am Maßnahmenfall gestorben sind. Die Krieger der Jutas wird nicht erinnert. 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 Die Krieger der Jutas oder ihren LeVergehen Die Krieger der Jutas wird nicht erinnert. Die Jutas Doch heute werden wir den Erdbogen gleich machen. Vielen Dank.